Europa ist etwas Vielfaltiges, deswegen zeigen wir euch etwas Lebendiges. Menschen verschiedener Kultur leben zusammen in Freude und Ruhe. Seht ihn euch an, er geht durch die Welt mit nur einem Drang. Europa zu sehen, wie es lebt und sich fortbewegt. Fendi Gucci für Ragamo kommt alles aus Italien, Milano. Die Straße in Paris, c'est très bien mon ami. Ich würde gerne einen Bullen in Spanien reiten, ich glaube sehr, das wären gute Zeiten. Montenegro zwar ein kleines Land, doch die Berge dort mehr als nur bekannt. Ein wahres Erlebnis in der Türkei durch Genießen seiner Kultur allerlei. Always a good choice in a business field zu sehen in London, wie den Big Ben und seinen Gong. Wart ihr schon mal in Santorini? Es ist perlenweiß wie ein weißer Lamborghini. Du wirst glücklich rumstolzieren in Irland, wie als hättest du gefunden ein vielblättriges Kleeblatt. In Albanien ganz genau, da seid ihr richtig. Bock auf Sommer, Sonne, Urlaub, Strand, das ist dort nämlich sehr wichtig. In Österreich gibt es fantastische Möglichkeiten, wie das Skifahren auf einem Teil der Alpen. Zu empfehlen ist für dich als Gast der polnische Kulturpalast. Niederlande, es hat keine Hügel, dafür Windmühlen mit Flügel. Von Land zu Land mal da mal hier und nimmt mir das schönste Souvenir. Vergewirr mit Flügel. Man restroomver Israeli. Vierge, wird innerhalb von mit Flügel. Die Welt is axe eine kleine Kulturpalast. Vielen Dank.